Hallo, liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum zehnten Türchen unseres kleinen Adventskalenders. Und es geht wieder in die Kurven Deutschlands, wieder geht es in den hohen Norden. Dieses Mal aber nicht nach Bremen, sondern etwas weiter nach Hamburg, genauer nach St. Pauli. Denn die Kiezkicker bzw. deren Anhänger haben am 26.02.2012 diese Choreo gezeigt. Die Kiezkickerbock! Die Kiezkickerbock! Die Kiezkickerbock! Musik Mensch, da ist diese Choreo so grandios. Und dann endet das Spiel 0 zu 0. Aber gut, hier geht es ja um die Choreo und die hat mir einfach so gut gefallen. Ich fand das so geil. Ich habe erst gedacht, was macht denn dieser Typ da? Ja, super. Und dann macht er die Augen auf. Das habe ich schon mega gefeiert. Aber als dann seine Augen so angefangen haben, so Spiralen zu drehen, das hat mich total geflasht. Wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Hat mich echt zum Lachen gebracht. Wirklich mega nice. Ich hoffe, euch hat es auch vielleicht das ein oder andere Schmunzeln hervorgerufen. Denn dann ist das Video heute auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann.